Die Polizei sucht nach zwei Senioren, die gestern Nacht aus einem Altersheim verschwunden sind. Nach Polizeiangaben sei die mentale Verfassung der beiden prekär. Beide Personen würden unter anderem ein stark eingeschränktes Erinnerungsvermögen besitzen. Es sei daher äußerst dringlich, dass die beiden Senioren schnell gefunden werden. Die Polizei bittet die Bürgerinnen und Bürger nun um Unterstützung und Hinweise. Zuletzt wurden die beiden zusammen in dem Seniorenheim Weißes Haus gesehen.